Hallo und Willkommen zum zweiten Teil meines Minecraft Video-Rückblicks, der neue 1.11.11-Staffel sozusagen. Und ja, ich habe diese Woche Außensweise nicht geupdatet, also noch nicht, und es gab es in dem Planum. Was kurz und bedeutet, man kann in Ruhe mal das Wochenende durchzocken. Nächste Woche plane ich dann schon wieder ein paar Kleinigkeiten, die geändert werden sollen, weil es gibt da schon wieder ein paar Sachen, die ich gerne sehen möchte. Vor allem ein gefixtes Level, was jetzt hoffentlich endlich nächste Woche spätestens dann einen releasefähigen Zustand haben sollte. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es um den Kram, den ich quasi jetzt die letzte Woche hier so aufgezimmert habe. Gut, sei gesagt, dass ich von Lukas bis diese komplette Woche über nichts gehört habe und habe mich halt versucht zurückzuhalten, im wahrsten Sinne des Wortes, in Sachen Progression vor allem. Vom Buch selbst habe ich den ersten Teil jetzt hier schon ziemlich vollständig fasst und ich habe mich im Prinzip die ganze Woche ein bisschen um Better with Mods gekümmert. Je nachdem, ob ich Zeit und Lust und Laune finde, würde ich zu der Mod auch vielleicht noch ein kleines Spotlight rausbringen, um zu zeigen, wie sie genau funktioniert. Dadurch, dass die Dokumentation ziemlich, naja, nicht vorhanden ist, beziehungsweise relativ beschränkt ist, wäre das vielleicht sinnvoll. Ansonsten kann man sich eigentlich komplett an Better than Wolves richten. Das ist im Prinzip ja die Mod auf das Ganze, wo die ganze Mod drauf aufsetzt. Gut, wo fangen wir denn an? Zunächst einmal letzte Woche war, glaube ich, dieser Altar, wo ich es gerade oben bin, noch unten auf dem Boden und der Grunde Gedanke von mir war, dass ich einfach den Altar nehme, nach oben verfracht, jetzt habe ich natürlich das Gerät ja nicht dabei und die Wolke wandert im Prinzip mit. Also hier unten am Boden ist überall eine komische, lustige, lila Wolke und im Prinzip orientiert die sich einfach an den höchsten Punkt der Welt. Heißt, die Wolke ist jetzt nicht mehr da unten, sondern hier oben. Problem, wie ihr seht, hat die einiges von unserem Haus verschluckt, dieses, ja, diese tolle Plattform. Und das größte Problem ist, es gibt noch eine oder zwei weitere Stufen und ja, diese Stufe reicht jetzt schon effektiv bis hierhin ran, bis zu dieser weißen Linie. Die nächste Stufe geht bis hierhin und die übernächste würde bis hierhin gehen. Heißt, dieser Altar muss entweder nach oben oder woanders hin. Und ich war zu letzten Tage unterwegs und hab bisher geguckt, was man hier so in der Umgebung noch hat an Sternenfeldern und hat echt Glück gehabt, denn direkt hier in der Nähe, Moment, da drüben auf dem Stand, da wo hier steht, ist auch noch ein Sternfeld. Und das ist natürlich ein echter Glückstreffer. Das andere Sternfeld ist, glaube ich, nicht so mächtig wie das hier, aber ist am Ende egal, da ich ja im Prinzip bloß den großen Hauptaltar da hinpacken muss. Es hat noch ein paar weitere Stellen mit hier markiert, irgendwo da zum Beispiel. Da ist auch noch Sternfeld Zeugs, ähm, muss ich mal gucken, entweder irgendwo auf jeden Fall wird auf jeden Fall das ganze Zeug von, äh, Astral Sorcery unterkommen. Hier kann es wahrscheinlich nicht bleiben, Punkt. Gut, was ist noch dazu gekommen? Ähm, ja, wie ihr seht, die ganzen Farben sind jetzt wirklich durch ein schönes Gewächshaus ersetzt worden. Hoffe ich zumindest, dass die letzte Woche noch nie da war, denke ich zumindest. Ähm, ja, das Gewächshaus selbst haben wir im Prinzip auch rausgefunden, wie es funktioniert, ist relativ einfach erklärt. Man hat die Heating-Keule. Wenn die Heating-Keule, ähm, arbeiten soll, muss das Gewächshaus drumherum im Prinzip so sein, die Heating-Keule selbst braucht Blick zum Himmel. Und danach ist es so, wenn sie ein Retzensignal bekommt, sucht sie halt umgebende Blöcke nach, äh, äh, nach Pflanzen ab, die im Winter sterben können. Was bedeutet, wenn ihr zum Beispiel Barley oder Nether-Wards hier direkt daneben stehen habt, dann würde die nur bis zu den Nether-Wards hingucken und würde da feststellen, oh, die kann ja im Winter gar nicht sterben. Und dann würde die nicht weiter suchen. Äh, ein anderer Punkt ist, man kann mit der Heating-Keule auch Blöcke überspringen. Das funktioniert aber nur dann, wenn über diesen Block, den ihr quasi hingesetzt habt, ähm, kein Himmel ist. Was bedeutet, wenn jetzt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, hier eine Pflanze her haben würde und möchte gerne, dass die Heating-Keule bis zu der Pflanze rüber reicht, dann müsste ich auf dem Block, auf dem Erdblock, zusehen, dass hier oben kein Himmel ist. Ist gerade lustigerweise der Fall, aber gleiches geht natürlich auch in die anderen Himmelsrichtungen. Also die Heating-Keule muss nicht zwangsläufig irgendwie direkt an den Pflanzen stehen. Wichtig ist, dass der Weg zu den Pflanzen nun sozusagen oben mit einem Dach versehen ist und das dann quasi Heating-Keule rüber spreaden kann. Genau, das erstmal vielleicht dazu. Gut, dann habe ich letzte Woche ein bisschen mit meinen Hühnern gespielt. Da wird herausgefunden, warum die am Anfang nicht wollten. Im Prinzip ist es so, die brauchen einfach bloß viel Platz. Dann gibt man denen noch einen Trog, also so einen Wassertrog. Den füllt man nur einmal mit Wasser auf, denn die trinken nichts. Und, äh, ab und zu füttert man die Hühner halt mit Seeds, die man einfach auf den Boden legt und die Hühner sind glücklich. Ganz einfach. So. Wichtig ist auch, wenn man jetzt nur einfache Händen hat, wie ich, dann legen die halt Eier. Oh, das ist super. Aber wenn man halt, äh, nachkommen haben möchte, dann muss man einfach nur einen Hahn dazu stellen. Aufpassen muss man, ein Hahn reicht völlig aus, um hier eine riesen Überpopulation zu schaffen und im Prinzip das ganze Gehäge voll zu setzen. Also dahingehend, äh, einfach ein bisschen aufpassen. Und auch wenn ihr den Hahn schon weggezogen habt, wie ich hier, dann kann es immer noch sein, dass halt aus einem kleinen Küken, was hier rumrennt, ein neuer Hahn kommt. Und wenn ihr dann spätestens durch zwei Küken wieder neue Hähne habt, habt ihr jetzt gleich ein Problem wieder. Also, seid da nicht zögerlich, dort notfalls mit der großen Sensor einfach alles Platz zu machen. Ähm, die Hühner stürzen nicht und die sind auf jeden Fall glücklich, so wie sie es hier rumhoppeln. Das Geile ist auch an den Hähnen, dass die jeden Morgen, ähm, den Tag ankündigen. Also sprich, wenn es jetzt weiter Nacht wird, dann würden die am nächsten Morgen dann hier mal kurz rumgackern. Gut. Bei meinen Schweinen, die ich hier mal zusammengeeiert hab, äh, ja, ist noch eins übrig. Das andere ist despawned und die Kuh ist ausgebrochen und hat sich hier bei einem Schwein mit eingenistet. Also ist auch total lustig, aber gut. Möge so sein. Das Ganze ist bei Animania so, also die Hähnen, äh, die Hühnchen sind momentan relativ stabil, würde ich meinen. Bei, bei den, äh, Schweinen und den Kühen gibt es momentan noch echt böse Bugs. Äh, zum einen, wenn ihr den Trog mit einer Wasserpipe befüllen würdet, crasht das, crasht das Spiel und danach crasht der ganze Server. Wenn ihr ein Wasser noch macht, wo die Viecher draus trinken können, haben wir a das Problem, wir haben endliches Wasser. Und b scheinen die momentan einen geilen Bug zu haben, dass die anstatt das Wasser zu futtern, oder zu trinken, fressen die unten drunter die Erde weg. Also sprich, auch wenn ihr dann unten drunter Obsidian auslegen würdet, würden die einfach das Obsidian fressen. Also passt ein bisschen auf. Wasserlöcher würde ich momentan nicht empfehlen. Genauso seht einfach mal zu, dass ihr am Anfang einfach nur eure Kühe im Prinzip hinstellt. Gebt denen viel Platz, dass die hier, ähm, möglichst nicht übereinander irgendwo rausspringen können und damit sollte erstmal die Sache gegessen sein. Ich würde jetzt nie empfehlen, großartig hier schon anfangen rumzuzüchten, weil wie gesagt, es gibt hin und wieder noch Probleme mit, äh, gewissen Despawns und ja, wie hier jetzt, dass die Viecher rumstacken und ja ja, ist noch nicht ganz perfekt. So, dann hat mich letzten Samstag oder Sonntag, hat mich der ganze Tag damit beschäftigt, eine coole Windmühle aufzubauen. Die hat nur einen einzigen Zweck. Das ist eine Windmühle von Better with Mods. Also sprich, hier oben hängt eine Windmühle drin. Da können wir mal hochgehen. Und hier unten ist ein Mühlstein. Und der ganze Weg wird im Prinzip durch, ähm, Getriebe bzw. dann ihren Achsen nach unten geleitet. Also sprich, die Energie kommt komplett bis hin unten an. Und, genau, im Prinzip hat man hier das, die Hauptgearbox und von draußen kommt dann im Prinzip das, äh, die Windmühle rein. Wichtig ist, dass ihr es schon mal wisst, wenn ihr eine Windmühle betreiben wollt bei, äh, Better with Mods, dann seht zu, dass ihr mindestens eine von diesen Teams baut. Davon gibt's verschiedene Farben und hast du nie gesehen, sehen ganz toll aus. Und die haben einen wichtigen, wichtigen Vorteil. Wenn es anfängt zu regnen, was öfter passiert auf dem Sofa hier, dann, ähm, wird die Team, also hier, das Windspiel anfangen zu glocken oder zu läuten. Und während es geläutet, gibt es auch ein Retzensignal aus. Was bedeutet, das Retzensignal geht auf den Spruce Plank über und von dem Spruce Plank auf die Gearbox. Und dann wird die Gearbox abgeschalten. Denn, wenn es stürmt, produzieren Windmühlen, sowohl die vertikale als auch die Horizontale, produzieren mehr Energie, oder mehr mechanische Energie. Und dabei, äh, werden, äh, gegebenenfalls Gearboxen oder halt notfalls auch die Maschinen komplett zerlegt. Im Normalfall ist es so, wenn ihr jetzt halt kein Schieben habt, dann wird die Gearbox, wie die direkt dahinter dort platziert ist, wird er halt dann kaputt gehen. Genau. Ansonsten, äh, von Gearbox zur Maschine oder zur nächsten Gearbox dürfen maximal drei Achsen verbunden sein. Die vierte wird er abfallen. Und ansonsten kann man noch sagen, äh, eine Gearbox besteht aus einem Eingang. Das ist hier oben. Und der Rest, die restlichen fünf Seiten sind Ausgänge. Ja. In dem Fall ist es halt so, der Milestone, der kriegt dann irgendwelche lustigen Sachen. Äh, ich hab jetzt gerade nichts dabei. Und der würde dann halt die Sachen zu ermüdeln. Die würden dann hier im Wasser landen und dann von der Obsidian-Pipe, ja, wir haben ein Bildkaffee da drauf, äh, eingesaugt werden. Ich hätte gerne hier noch einen richtigen Item-Collector, weil der Milestone, der baut seine eigenen Sonsten hin. Ähm, aber, ich sag mal, es funktioniert das mal so, wie ich es jetzt ja aufgebaut hab. Ich bin aber nicht zufrieden damit. Gut. Dann geht's weiter zum... Ah, das war erstmal hier mit meinen tollen Turntables. Genau. Es ist im Prinzip so, hier kann ich jetzt wirklich mal genauer erläutern, wie es auch funktioniert. Eine Windmühle oder eine Wassermühle produziert im Prinzip kein Strom oder keine Energie in dem Sinne, sondern es gibt nur zwei Zustände. An, aus und dann bei der Windmühle noch zu viel. So. Und egal wie man die Energie verteilt, die mechanische Energie, äh, es gibt niemals den Punkt, dass man sagt, okay, jetzt reicht eine, eine Wassermühle nicht mehr aus. Oder ein Wasserrad. Das seht ihr hier ganz gut. Wir haben jetzt hier im Prinzip, ähm, das Wasserrad wird durch die Gearbox, leitet das Ganze, die ganze Energie, wahrscheinlich Energie runter und leitet hier weiter über die Gearbox bis hier hin. Hier wird's nochmal aufgeteilt. Da haben wir dann hier die erste Gearbox. Das ist, ähm, die Gearbox zu dem ersten Bellow. Dann gibt's den zweiten Bellow, den dritten Bellow, den vierten Bellow. Und das sind jetzt, wie gesagt, überall sind da Gearboxen drangehangen. Und, was ich vorhin gesagt hab, ist, Gearboxen können, ähm, das Retschensignal durch ein Retschensignal ausgeschalten werden. Und was ihr jetzt hier schönes habt, ist ein sogenannt Turntable. Der ist dafür da, dass man entweder wie hier, ähm, Blöcke drehen kann. Also am einfachsten Fall sind Steinblock drauf. An dem Steinblock hängt ein Redstone-Torch. Und dann dreht der Turntable die Redstone-Torch hier im Kreis. Damit werden die Gearboxen ab und zu angeschalten und wieder ausgeschalten. Ansonsten würden nämlich die Bellows, die hier oben hängen, nicht funktionieren. Gut. Der Turntable selbst hat noch andere Funktionen, die könnt ihr dann notfalls mal belesen. Ähm, ist auf jeden Fall dazu da, um, im Normalfall, Clay-Blöcke obendrauf packen. Und danach werden die halt, äh, zerhackselt in kleinere Blöcke, die man dann halt verwenden kann. Genau. Das ganze System ist, äh, sieht ultra komplex aus. Es ist eigentlich relativ einfach. Wie gesagt, Energie kommt rein. Man hat hier den Eingang, hier wird den Ausgang. Eingang, Ausgang, Eingang, Ausgang und so weiter. Hier teilt sich der ganze Spaß einmal auf. Und hier ist dann auch wieder eine Gearbox mit einem Eingang. Ein Ausgang nach oben, einer nach rechts, einer nach links, einer nach hinten. Genau. Und dann wieder Gearboxen, die dann hochführen. Ja. Und der ganze Trick ist hier dabei eigentlich bloß, dass diese Rätsel, die sich im Kreis dreht, die Gearboxen hier der Reihe nach ausschaltet und damit die Bellows sozusagen, ähm, abschaltet und dementsprechend, äh, Wasser, äh, Quatsch, Wasser, Luft zuführt. Ja. Das ganze seht ihr jetzt hier leider nicht. Das ganze ist ein Kiln. Ähm. Ah, doch, hier sieht man es ein bisschen. Da unten sind die sogenannte Hidajis. Kann ich jetzt leider nicht anvisieren. Ähm. Ähm. Die Batschis sind, ja, Feuerstellen. Die hier. Und diese Feuerstellen erzeugen im Normalfall, wenn man einfach nur ein Rätsel-Signal gibt, deswegen kann man überall die Rätsel-Blöcke darunter, erzeugen die eine normale Flamme. Und wenn man die Bellows sozusagen da drauf richtet und dann meinetwegen im Kreis, wie hier, dann vier Bellows, ähm, einfach unterschiedlich Luft zuführt, dann, äh, wird die Flamme von, äh, äh, normal gelb oder orange und die halt blau. Und damit ist es ein Stoked-Fairness. Deswegen haben wir jetzt hier auch ein Stoked-Crucible. Wir haben eine Stoked-Carbren und wir haben einen normalen Kiln, der ja komplett mit, ja, mit allem arbeitet, was man so braucht. Also hier kann man im Prinzip, ähm, zum Beispiel Ohn und so weiter einschmelzen. Genau. Also, die Mod selbst ist, zumindest wenn man die mechanische Energie mal verstanden hat, nicht allzu schwer. Es gibt halt noch den Unterschied zwischen kontinuierlicher und unterbrochener Energie, ganz am Anfang. Allerdings, sobald man ein Wasserrad hat, hat man halt nur noch kontinuierliche Energie und auch die meisten Geräte machen da keinen großen Unterschied. Mal jetzt von dem Bellow abgesehen. Genau. Hier könnte ich ja nochmal ein Turntable zeigen. Ihr nehmt einfach einen Clay, packt den hier drauf. Und wenn der halt mechanische Energie hat, wie er gerade hat, dann baut er als erstes ein Crucible. Den könnte man in den Kiln stellen. Danach kommt ein Planter, den könnte man auch in den Kiln stellen. Dann kommt eine Vase, die ist nur dekorativ und kann man in den Kiln stellen. Und dann kommt noch die Urne, die braucht man später für den Stahl. Den könnte man auch in den Kiln stellen. Und wenn er fertig ist, dann kriegt man seinen Clay komplett wieder und hat nichts mehr. So. Ähnlich sieht es auch mit der Sägemühle aus. Ich könnte die jetzt hier auch durch die hier unten, das ist eine Gearbox, könnte ich die halt an- und ausschalten. Brauche ich jetzt aber nicht machen. Gut. Das ist im Prinzip alles, was ihr wissen müsst. Die Sägemühle ist meiner Meinung nach, wenn man einmal verstanden hat, wie sie funktioniert, einfach mal so geil. Man platziert einfach einen Block dran, die Mataratsch, und danach bekommt man, wie ihr seht, sechs Planken, ein Bark und zwei Sordast. Genau. Die Bark, übrigens auch gut zu wissen, könnt ihr zurückwandeln in, beziehungsweise auf mein Pack, zurückwandeln in Barks von Quark. Und Barks von Quark könnt ihr notfalls auch noch zurückwandeln in Wood. Das heißt, ihr könnt auch noch einen Teil sogar wieder gewinnen und nochmal verwenden. Das möge vielleicht ein bisschen OP sein, aber man braucht halt ein paar Crafting-Steps, um da hinzukommen. So. Mensch. Da haben wir schon einiges geschafft. Ja, dann später bis letzte Woche schon war, ich habe die Season-Anzeige, die hier mitten im Raum stand, jetzt mal heruntergelegt. Das Geniale ist, dass man die Season-Anzeige auch von unten mit einem Ritzensignal versorgen kann. Also sprich, einfach das Beispiel. Die Season-Anzeigen sind jetzt hier, geben das Ritzensignal nach oben weiter und deswegen leuchten da die Lampen. Wir haben jetzt gerade, weil ich Zufall, Herbst. Gut, dann haben wir noch ein bisschen Bienen gemacht. Wir haben den Paul drin, hier der Standkopf schon da. Ich habe hier angefangen mit einer neuen Charcoal-Pit. Die könnte hier auch nochmal gleich zum Zeitpunkt erklären. Die dürfte gerade fachscht sein. Ja, ist auch Charcoal drin. Das ist ja nicht so. Obwohl es eigentlich egal sein sollte. Genau. Und im Prinzip kann ich euch mal gleich, wenn ich jetzt hier das Ding abgebaut habe, zeigen, wie der Aufbau von der Charcoal-Pit ist. Ihr könnt die aus verschiedenen Materialien machen. Das Einfachste ist dort. Wenn ihr es ein bisschen komplexer haben wollt, nehmt ihr Nether-Rack-Gate. Später gibt es auf jeden Fall Endstone. Mal Charcoal-Pit. Äh, ne. Nehmen wir mal Pile. Vielleicht fängere ich uns das was. Ja, Charcoal-Pile. Kann man die Mutpile, wie gesagt, nehmen. Und hier seht ihr die verschiedenen Materialien. Ich habe also Clay gibt es zum Beispiel. Ich habe jetzt gerade Loan verwendet. Es ist von der Herstellung nicht allzu teuer. Ähm, Endstone. Endstone Bricks. Dirt ist das Einfachste. Und ansonsten habt ihr noch Nether-Rack. Und wie ihr seht, wenn ihr jetzt Dirt habt, kriegt ihr halt elf Charcoal aus einem Block raus. Bei Nether-Rack ist es schon 13. Und ich habe jetzt Loan ist 14. Endstone komme ich noch nicht hin. Dementsprechend später. Genau. Der Aufbau selbst ist relativ einfach erklärt. Man baut ein kleines Loch. Egal wie groß es jetzt ist. Es muss doch nicht unbedingt das 4x4 sein. Und wichtig ist einfach, dass wenn ihr später die Woodpiles, die ich gerade gezeigt habe, hier platziert, muss an jeder Seite der Woodpile ein so ein feuerfester Block stehen. In dem Fall Loam. Also sprich, wenn ich hier ein Loam hinsetze, äh Quatsch, ein Woodpile, muss unten Loam sein. Links und rechts davon Loam sein. Und dann drum herum können auch weitere Woodpiles sein. Am Schluss muss das Ganze halt eine geschlossene Box in irgendeinem Probe sein. Wie ihr die Box aufbaut, ist euch überlassen. Also das ist völlig Wurst. So. Gehen wir mal kurz wieder raus. Auch aus Empfehlungen heraus. Ich würde euch empfehlen einen Grapplinghook zu bauen, beziehungsweise noch einen motorisierten. Damit kommt ihr vor allem vertikal deutlich besser voran. Und ich habe jetzt die Reichweitebegrenzung auf 64 Block gestellt, damit man hier nicht völlig abartig wie am Anfang durch den Netter pfeifen kann. Ja, Netter. Kommen wir zum nächsten und vielleicht auch letzten Punkt des Tages. Maxl und ich waren ein bisschen unterwegs und haben das ein bisschen erkundet. Oder beziehungsweise wir waren bereits im Netter. Haben dann dort einen Weg angelegt. Also für alle, die es vielleicht interessiert und wissen wollen. Ich werde übrigens auch die Netter-Portal-Fix-Mod wahrscheinlich wieder rauspfeifen. Die scheint hier Probleme zu machen, wenn man wirklich dann verschiedene Portale hat. Habe ich jetzt, ja. Im Prinzip, wie ihr seht, auf der rechten Seite, wir sind jetzt hier auf Fußhöhe 67. So. Und ich würde auch darum bitten, wenn ihr später eure Netter-Portal baut, versucht sie so zu bauen, dass sie halt eben sind, dass man direkt auf Höhe 67 reinlaufen kann. Genau. Und dann gibt es halt ein Netter-Portal dann jetzt schon zu den Darkland Plains, zu den Darklands, zu Cajun und zu Maxl. Und die sind jetzt halt über diese einfachen, wirklich einfachen Wege verbunden. Und wir haben auch vor, später, wie ihr seht, hier diese Vector Plates zu verwenden. Leider waren die Rezepte doch anders, als ich es dachte. Also ich habe es letztes Mal als Skyblock gespielt und da waren die Rezepte halt für die Vector Plates noch deutlich günstiger, weil man direkt umtauschen konnte. Ich habe die Rezepte für die Fast Vector Plate ein bisschen angepasst, also beziehungsweise nicht die Vector Plate selbst, sondern der Dark Sugar kostet jetzt kein Wither Zeugs mehr, sondern es ist mit Black Quartz getan. Das heißt, wir können später mindestens erstmal auf die gelben Vector Plates gehen. Die schwarzen sind dann deutlich teurer. Genau, und die sind halt im Prinzip dafür da, man stellt sich drauf und dann wird man halt langsam vorgeschoben. Bei den gelben geht das halt schon deutlich flotter. So, ich möchte euch jetzt hier nicht groß spoilern bezüglich der anderen Dimension. Ich werde mal ganz kurz reingehen in beide, nur damit ihr es mal kurz gesehen habt, aber ansonsten gibt es da für mich nichts zu erzählen, weil ansonsten würde ich halt doch zu viel vielleicht vorwegnehmen. So, das Benise liegt unter dem Nether, ist dort halt angesiedelt von mir. Das heißt auch, wenn man jetzt hier im Benise ankommt und dann später nach oben guckt, hat man eventuell Glück und findet ganz oben auf Höhe 200 noch was Kloster und Blöcke. Ansonsten ist das Benise einfach nur schweinedunkel. Wenn man zu lange im Dunkel bleibt, wird man eventuell von gewissen lustigen Leuten überrascht. Und die Monster sind, naja, stärker, nicht zu krass, aber es spawnt halt alles, was man so als normal oder normalsterblicher fürchtet. Dementsprechend, ja, seht euch ein bisschen vor. Ich würde auf jeden Fall vorschlagen, wenn ihr allgemein in Minen geht, guckt mal nach der Scanner Quest. Es gibt hier Scannable, einen Scanner mit verschiedenen Modulen. Und gerade der Scanner Modul für Rare Ores und das Scanner Modul für Common Ores sind sehr, sehr, sehr geil. Ich will es aber jetzt nicht vorwegnehmen, also sagt, guckt es euch einfach ein, wenn ihr Lust habt. Damit kommt ihr auf jeden Fall deutlich einfacher voran. So, und das letzte ist das Abyssal oder Abyssal Wasteland. Ja, und hier ist alles grün. Im Abyssal Wasteland habe ich auch, nachdem ich jetzt am Anfang schon hier ein bisschen rumgerannt bin, einige Sachen geändert. Zum Beispiel habe ich, es gab am Anfang Drachen, die habe ich jetzt komplett deaktiviert, weil diese Drachen einfach ähnlich wie der Enderdrache durch alle Blöcke durchfliegen konnten. Das heißt, auch wenn ihr unten Minen wart, und das hier ist der einzige Ort, wo ihr Kupfer und Zinn finden werdet, selbst wenn ihr unten Minen wart, konnte es halt sein, dass mitten aus der Wand plötzlich ein Drache kam und euch eingekreffen hat. Und da ich das alles andere als fair fand, ja, sind sie jetzt deaktiviert. Aber der Ort selbst ist immer noch nicht unbedingt ungefährlich. Also, diese Freunde da hinten haben irgendwie 100 Herzen, denn der Pete hat auch, glaube ich, 50 Herzen, Skelette rennen hier überall rum, Abyssalis rennen hier überall rum. Also, hier ist voll die Luzi los. Und ich denke, damit habt ihr genug zu tun. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich creepy Ort, genauso wie das Belief, aber hier gibt es eure Herzen für die spätere Automatisierung von den meisten anderen Mods, die halt Sinn oder Kupfer brauchen. Gut, ja. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Hecke. Die Hecke ist einfach. Oakleaves, Oak. Und dann gibt es hier von Little X-Cension eine Climbing Rope. Und damit kommen wir im Prinzip, ja, ich habe jetzt hier nirgends einen Eingang und Ausgang gebaut. Man kann überall, wo Oak ist, einfach bei mir drüber steigen. Das geht natürlich nur für die Spieler. Mobs und so weiter kriegen sie nicht auf die Reihe, zu Glück. Und dementsprechend bin ich hier schon relativ sicher. Und wenn man da ein bisschen ausleuchtet, hat man eigentlich auch alles in der Hand, um hier keine großen Probleme zu bekommen durch Mobs. Gut, viel gequatscht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwas genauer wissen wollt, dann lasst mich da auf jeden Fall, lasst mir es wissen. Und ja, ansonsten hofft man sich hoffentlich wieder nächste Woche. Tschüss, tschüss.